Ich will es ganz kurz machen. Ich habe sicherlich ganz viele von euch noch einen persönlichen Abend hängen können. Dieser unglaubliche Erfolg, dieses Stück Geschichte, wäre wirklich ohne diesen unglaublichen Support von euch nicht möglich gewesen. Von meiner Familie, von meinem Baby, meiner Frau, von euch allen, jeder Einzelne, der hier ist. Das bedeutet mir so viel und das hat mich getrieben mit dem unmöglichen Traum. Und ihr seid die Besten. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.